So, Jungs, dann kommen wir zur dritten und wahrscheinlich schwierigsten Variante. Wir starten wieder mit 10 Fußwechsel und Sohlenbänden. Das kennt ihr jetzt schon, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Jetzt kommt noch eine dritte Video dazu und zwar machen wir noch 10 Kappen. Das heißt, links rollt, rechts kappt wieder ab. Perfekt ist es dann, wenn der Ball ungefähr auf der Höhe von dem zweiten Hütchen liegt, wenn ihr ihn wieder einfangen. Jetzt machen wir wieder unser Diagonalroll durch, aber wir machen jetzt Sohlenkappen. Das heißt, die rechte Außenseite schlägt den Ball zurück. Wenn es geht, auch da wieder nicht 100 Zwischenschritte, sondern Sohle rollt, direkt ins Kappenbein springen. Ihr merkt schon, der war relativ fest, das heißt, da muss ich jetzt schon stark hinterher sein, den Ball auch anhalten. Natürlich ist es für kleinere Jungs, sage ich auch gerne dazu, völlig in Ordnung, wenn ihr Zwischenschritte macht. Also ihr könnt den Ball auch erstmal rollen und dann mit ein, zwei Schritten abkappen. Das ist aber nicht die Bewegung, die wir am Ende haben wollen. Nur ich verstehe, dass das in einer Bewegung für kleine Jungs wahrscheinlich echt schwierig ist. Dann macht es wirklich so, dass ihr rollt, hinterherlauft und jetzt mit der Auße der Abkappe. Das ist wirklich die Variante für eher Anfänger. Die Jungs, die die Bewegungen können, das ist wirklich rollen, reinspringen, eine Bewegung. So, wir starten wieder zuerst auf diese Seite. Links, rechts, rechte Sohle, links zieht, Fußwechsel, Kappen, linke Sohle rollt, reinspringen, Außenseite. Links, rechts, Sohle rollt, Fußwechsel, Kappen, linke Sohle rollt, reinspringen, Kappen. Ich freu mich schon. Herr Mago bringt es perfekt hin, das ist halt eine Minute der Weg. Pumpswechsel, Sohlewände, links zieht, rechts Kappen, linke Sohle, wow, macht aber nichts, bin ich nicht schlimm, weil es passiert ja, wenn man reinspringen, da braucht ihr euch auch nicht ärgerlich. So, perfekt, perfekt, dann wieder links, rechts, rechte Sohle, links zieht, rechts Kappen, links rollt, rechts Kappen, perfekt. So, und ihr seht auch da wieder, versucht erstmal langsam den Rhythmus zu finden, wenn ihr den Rhythmus langsam habt, dann fangt ihr an Tempo zu machen, Kappen, so und achtet darauf, dass ihr beim ziehen Fußwechsel, Kappen auch ein bisschen an eurem Körper dreht. Dreh ich ihn? Ja. Boom, diagonal rollen ist wichtig. Wollt man den Schildern runterpacken, oder? Mach es mal gut. Mach es mal gut. Ja, genau. Ja, aber das finde ich in Ordnung, das passiert, da musst du den Ball halt auffangen, das ist beim Abkacken immer die Gefahr, dass der hart ist, versucht es zu dosieren. Perfekt. So, jetzt machen wir das Ganze in die andere Richtung. Also, wir machen rechts zieht, links legt vor, linke Sohle. So, und jetzt sagt, eigentlich ist es ja ein ziehen Fußwechsel, den ich hier simulieren will. So, das heißt, es ist schon wichtig, dass ihr euren Oberkörper auch so dreht, als würdet ihr ziehen Fußwechsel in die Richtung machen. Ich werde da jetzt von hier angelaufen. Jetzt mache ich ziehen, tue es zwischen ein paar AG und klappe dann eigentlich ein. Jetzt war das Klappen hier natürlich sehr hart, das heißt, ich komme nicht in die Sohlenbewegung. Was ich jetzt am Ende brauche ist, ziehen vorliegen Sohlenbewegung, jetzt brauche ich hopp rüber gucken eigentlich und jetzt vorsichtig kappen, damit ich jetzt da durchziehen kann. So, und jetzt wird es für die Rechtsfüße echt spannend, deswegen merkt ihr jetzt auch meine eigene Pause, ich muss mir auch ein bisschen Zeit lassen. Ihr rollt jetzt mit rechts und kappt mit links, das heißt, rechts rollt, links kappt, ja. So, wenn der Ball hier liegen bleibt, wäre es natürlich perfekt, das ist jetzt ganz sehr gut gegangen, ihr hättet mal sehen sollen, wie ich mich vorher auch eingestellt habe. Also, der ist wirklich nicht leicht, so, wir starten wieder mit rechts, links, linke Sohle, rechts zieh, links klapp, rechte Sohle, links kappt ab. So, wenn jemand zuschaut, dann muss es gut sein. Genau, so, fangt wieder langsam an, ja, keinen Stress und auch da wieder, ich sage es nochmal, wenn ich es vorher gesagt habe, wenn ihr ein Problem damit habt und diese Sohle abkappt und nicht in eine Bewegung bekommt, Step by Step, so ist das ganze Leben, macht erstmal den Schritt, dann macht lieber einen Zwischenschritt und kappt dann ab und wenn ihr das hinbekommt, dann macht dies mit Sohle rollt und direkt rein springen, ja. Aber der Fuß wird immer innen abgestellt, nach dem Rollen. Genau, also immer näher zum nächsten Fuß. Ich rolle, absetzen, innen, haut abkappen. Wichtig, wo man den Fuß hinsetzt. Mega wichtig, wo ich den Rollfuß absetzt quasi. Was war das jetzt, was muss ich machen? Rechts, links, links, ne? Linke Sohle, wechseln, links, rechts zieht. Zu, links kappt, rechte Sohle, links kappt ab. Will ich an? Baks, baks. Hopp, hopp. Das funktioniert noch nicht. Ja, aber ich glaube wir sind halt Linksfüße, muss ich sagen. Und wir kappten halt mit links besser, wie mit rechts. Boah. Hopp, hopp. Ja. Will ich aber nicht schlimm, wenn der zu viel besser zu kurz abkappt, wird das dann wieder weggeräuscht. Das ist genauso wie vorher schon. Perfekt. Boah. Ja, das sind hier aber nicht schlimm. Wenn der Ball nah am Fuß ist, kann ich es zumindest im Spiel immer weniger schlimmer. Das ist immer, wenn er dir abhaut. Jetzt ab. Hey. Wuhuuu. Vielen Dank. War super. So, jetzt letzte Variante von der Übung. Wir hängen beide Seiten zusammen. Das heißt, wir werden langsam voll gemacht. Ich starte links, rechts. Ich mache rechte Sohle. Ich mache links, ziehe rechts, Klapp. Jetzt mache ich links, roll, rechts, Klapp. So, jetzt habe ich vorher links, rechts gestartet. Das ist eigentlich der rechte sogar viel leichter. Weil jetzt kann ich nämlich rechts, links, linke Sohle. Rechts, ziehe links, Klapp. Rechts, roll, links, Klapp. Und jetzt habe ich den Ball auch gleich wieder links liegen. Also vom Wechsel her ist es jetzt sogar leichter. Weil ich den Ball so abklappe, dass ich eigentlich auf dem richtigen Fuß liege. Das heißt, wir hängen jetzt einmal nach rechts, einmal nach links, hinter der Übung. Okay, ich probiere, ja? Gerne. Links, rechts, Schritte davor machen. Links, rechts, rechts, linke Sohle, Klappe. Links ziehe durch, rechts Klappe ab. Jetzt kann ich mit rechts, links starten. Hüpp. Linke Sohle. Hüpp. Rechts ziehe links, Klappe ab. Rechts ziehe links, Klappe. Marco, brilli an. Klappe, Sohle rechts, rechts links. Linke Sohle, rechts ziehe links. Klappe ab. Verraten. Perfekt. Zwei perfekte Rumpen von Marco. Das muss gut sein, ne? Machen wir die noch fertig, würde ich sagen. Klappe, kommt sowieso. Perfekt. Sehr gut. Hat Spaß gemacht. Sehr gut, Jungs. Ich hoffe, wir hatten Spaß. Desenher uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.